Ich hänge hier gerade an zwei neuen Handschlaufen. Sie sehen gut aus, sie sind aus Paracord und sie sind sehr stark stärker als ich, ich mag jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt abstehen, aber ihr habt gesehen, das Trap ist noch ganz. Jede Seite 42,5 kg gehabt, also 85 kg im Kanten. Es schneidet ein wenig ein, also wenn die Kamera 5 kg schwer ist, ist es überhaupt kein Problem. Hält vorzüglich und sieht auch gut aus. Amen. Amen. Amen.